Textbuch, Kapitel 13, Die schuldlose Welt Nummer 4, Die Funktion der Zeit Seite 245 bis 247 Jetzt sollte der Grund, weshalb du vor diesem Kurs Angst hast, offensichtlich sein. Denn dies ist ein Kurs über die Liebe, weil es ein Kurs über dich ist. Dir wurde gesagt, deine Funktion in dieser Welt sei heilen und deine Funktion im Himmel erschaffen. Das Ego lehrt, dass deine Funktion auf Erden Zerstörung ist und dass du im Himmel überhaupt keine Funktion hast. Auf diese Weise möchte es dich hier zerstören und begraben und dir kein Erbe hinterlassen, außer dem Staub, aus dem du, wie es glaubt, gemacht wurdest. Solange es nach seiner Logik mit dir leidlich zufrieden ist, bietet es dir Vergessen. Wenn es ungeschminkt brutal wird, bietet es dir die Hölle. Doch weder das Vergessen noch die Hölle ist für dich so unannehmbar wie der Himmel. Wie du den Himmel deutest, ist er Hölle und Vergessen. Und der wirkliche Himmel ist die größte Bedrohung, die du deiner Ansicht nach überhaupt erleben kannst. Denn Hölle und Vergessen sind Ideen, die du erfunden hast. Und du bist darauf erpicht, ihre Wirklichkeit aufzuzeigen, um die deine zu begründen. Wenn ihre Wirklichkeit in Frage gestellt wird, glaubst du, deine sei es. Du glaubst nämlich, Angriff sei deine Wirklichkeit und deine Zerstörung der letzte Beweis dafür, dass du recht hattest. Wäre es unter diesen Umständen nicht wünschenswerter, dich geirrt zu haben? Ganz abgesehen von der Tatsache, dass du dich geirrt hast? Während man vielleicht den Standpunkt vertreten könnte, der Tod deute darauf hin, dass es Leben gegeben habe, so würde niemand behaupten, er beweise, dass es ein Leben gibt. Sogar das vergangene Leben, auf das der Tod hinweisen könnte, hätte nur vergeblich sein können, wenn es zu ihm kommen muss und seiner bedarf, um zu beweisen, dass es überhaupt war. Du stellst den Himmel in Frage, aber das stellst du nicht in Frage. Dabei könntest du heilen und geheilt sein, wenn du es wirklich in Frage stelltest. Und auch wenn du den Himmel nicht erkennst, könnte er nicht doch wünschenswerter sein als der Tod? Du bist in dem, was du in Frage gestellt hast, ebenso selektiv gewesen wie in deiner Wahrnehmung. Ein offener Geist ist ehrlicher. Das Ego hat eine seltsame Auffassung von der Zeit und du könntest dein in Frage stellen, wohl mit dieser Auffassung beginnen. Das Ego investiert sehr stark in die Vergangenheit und glaubt am Ende, dass die Vergangenheit der einzige bedeutungsvolle Aspekt der Zeit ist. Denke daran, dass die Betonung, die das Ego auf die Schuld legt, es ihm ermöglicht, seine Kontinuität zu sichern, indem es die Zukunft der Vergangenheit gleich macht und so die Gegenwart vermeidet. Durch die Auffassung, dass man für die Vergangenheit in der Zukunft bezahlen muss, wird die Vergangenheit zum bestimmenden Faktor für die Zukunft, der die beiden ohne eine dazwischenliegende Gegenwart zu etwas Kontinuierlichem macht. Denn das Ego betrachtet die Gegenwart nur als einen kurzen Übergang in die Zukunft, in der es die Vergangenheit der Zukunft dadurch überbringt, dass es die Gegenwart aus der Perspektive der Vergangenheit deutet. Jetzt hat für das Ego keine Bedeutung. Die Gegenwart erinnert es lediglich an vergangene Verletzungen und es reagiert auf die Gegenwart, als sei sie die Vergangenheit. Das Ego kann eine Befreiung von der Vergangenheit nicht ertragen und obwohl die Vergangenheit vorbei ist, versuch das Ego, ihr Bild zu erhalten, indem es reagiert, als sei sie gegenwärtig. Es diktiert dir deine Reaktionen auf jene, denen du in der Gegenwart begegnest, von einem vergangenen Bezugspunkt aus und verschleiert ihre gegenwärtige Wirklichkeit. Tatsächlich reagierst du, wenn du dem Diktat des Ego folgst, auf deinen Bruder so, als sei er jemand anders, was mit Sicherheit verhindert, dass du ihn so wahrnimmst, wie er ist. Und du wirst Botschaften aus deiner eigenen Vergangenheit von ihm bekommen, denn indem du sie in der Gegenwart wirklich machst, verbietest du dir, sie loszulassen. Du verweigerst dir auf diese Weise selbst die Botschaft der Befreiung, die jeder Bruder dir jetzt anbietet. Die schattenhaften Gestalten aus der Vergangenheit sind genau das, dem du entrinnen musst. Sie sind nicht wirklich und haben keinerlei Macht über dich, wenn du sie nicht mitbringst. Sie tragen die Schmerzensstellen in deinem Geist und weisen dich an, in der Gegenwart anzugreifen, als Vergeltung für eine Vergangenheit, die es nicht mehr gibt. Und diese Entscheidung ist eine Entscheidung für zukünftigen Schmerz. Wenn du nicht lernst, dass der vergangene Schmerz eine Illusion ist, wählst du eine Zukunft der Illusionen und verpasst die vielen Gelegenheiten zur Befreiung, die sich dir in der Gegenwart bieten würden. Das Ego möchte deine Albträume erhalten und dich vom Erwachen und dem Verständnis, dass sie der Vergangenheit angehören, abhalten. Würdest du eine heilige Begegnung wahrnehmen, wenn du sie lediglich als eine Begegnung mit deiner eigenen Vergangenheit wahrnimmst? Denn du würdest dann niemandem begegnen und das Teilen der Erlösung mit den anderen, dass die Begegnung heilig macht, wäre aus deiner Sicht ausgeschlossen. Der Heilige Geist lehrt, dass du immer dir selbst begegnest und die Begegnung ist heilig, weil du es bist. Das Ego lehrt, dass du immer deiner Vergangenheit begegnest und da deine Träume nicht heilig waren, kann auch die Zukunft nicht heilig sein. Und die Gegenwart ist ohne Bedeutung. Es ist offensichtlich, dass die Wahrnehmung, die der Heilige Geist von der Zeit hat, genau das Gegenteil der Wahrnehmung des Ego ist. Der Grund dafür ist ebenso klar, denn sie nehmen den Zweck der Zeit diametral entgegengesetzt wahr. Der Heilige Geist deutet den Zweck der Zeit so, dass sie den Bedarf an Zeit unnötig macht. Er betrachtet die Funktion der Zeit als eine vorübergehende, die nur seiner Lehrfunktion dient und diese ist definitionsgemäß vorübergehend. Seine Betonung liegt daher auf dem einzigen Aspekt der Zeit, der sich zur Unendlichkeit ausdehnen kann, denn jetzt ist die dichteste Annäherung an die Ewigkeit, die diese Welt zu bieten hat. In der Wirklichkeit des Jetzt ohne Vergangenheit oder Zukunft beginnt die Würdigung der Ewigkeit, denn nur jetzt ist hier und nur jetzt bietet die Gelegenheit für die heiligen Begegnungen, in denen die Erlösung gefunden werden kann. Das Ego andererseits sieht die Funktion der Zeit darin, sich selber auszudehnen, statt die Ewigkeit, denn wie der Heilige Geist deutet auch das Ego den Zweck der Zeit als seinen eigenen. Die Kontinuität von Vergangenheit und Zukunft unter seiner Leitung ist der einzige Zweck, den das Ego in der Zeit wahrnimmt und es schließt sich über der Gegenwart, sodass keine Lücke in seiner eigenen Kontinuität auftreten auftreten kann. So hält seine Kontinuität dich in der Zeit, während der Heilige Geist dich aus ihr befreit. Es ist seine Deutung, der Mittel zur Erlösung, die du akzeptieren lernen musst, wenn du sein Ziel deiner Erlösung teilen möchtest. Auch du wirst die Funktion der Zeit so deuten, wie du die Deine deutest. Wenn du deine Funktion in der Welt der Zeit als eine der Heilung akzeptierst, so betonst du nur den zeitlichen Aspekt, in dem Heilung geschehen kann. Heilung kann nicht in der Vergangenheit vollbracht werden. Sie muss in der Gegenwart vollbracht werden, um die Zukunft zu befreien. Diese Deutung verknüpft die Zukunft mit der Gegenwart. Und dehnt die Gegenwart statt der Vergangenheit aus. Wenn du aber deine Funktion als Zerstörung deutest, verlierst du die Gegenwart aus den Augen und hältst an der Vergangenheit fest, um eine zerstörerische Zukunft zu sichern. Und die Zeit wird so sein, wie du sie deutest. Denn von sich aus ist sie nichts. zu sch zu sch zu sch Vielen Dank.